Also Leute, wir sind da eingekesselt worden in Bern, wir sind da friedlich eins am trinken gewesen. Wenn ihr seht, selbst der Wirt darf uns nicht mehr servieren. Sie haben dort das Zelt aufgestellt. Jeder, der will, muss sich dann dort registrieren lassen. Und ihr, wenn wir sagen, das ist keine Diktatur. Schämet euch, ihr Schaf, die immer noch daran glauben, wir leben in einer freie Demokratie. Ist das Demokratie? Schau dich das an. Nennt man das Demokratie oder was? Ist es schlimmer als wir uns unten?